Na gut, ich werde mich hier dann gleich auch auf den Rückweg machen. Unsere schöne Base wieder hier oben. Was ist da? Ich habe F4 gedrückt. War wohl eher eine schlechte Idee. Was ist F4 nun mal? Scheiße. Ah, jetzt. Na super, wo ist meine Parachest? Parachest. Wo ist die Kiste? Ah, da drüben. Das muss ich mitnehmen. Das kann da rein. Oder rein. Ich nehme einen Cold Generator für zuhause mit. Ach, das reicht sogar nur mal, um zum Mond zu fliegen. Jetzt mal gucken, was haben wir hier noch. Wir haben nichts außer den Oxygen-Kompressor. Ah, ja. Shader anmachen, nicht vergessen. Ach, guck mal. Ohne... Den ganzen kann man ja auch atmen. Schön, oder? Warte mal, geh mal zum Sealer zu dieser Box, okay? Zu welcher Box? Ey, mal schalt nicht den Strom aus. Ne, ich will bloß gucken, wie viel... Ich mache jetzt noch einen Block an. Okay? Ja, mach mal. Bist du jetzt dort an der Box? Receive only. Receive only. So. Ja, jetzt müsste mehr Strom hingehen. Oh Gott, bin ich schlecht im... Jetzt gehen 247 EU rein. Kriegst du mehr als vorher? Keine Ahnung. Nicht wirklich. Aber es reicht ja so. Oh, mein Kraftwerk wäre jetzt mal Not ausgeschalten. Nee, 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 nee. Quatsch. Würde ich nie machen. Echt lustig. Würdest du nie, nie tun. So, ich werde es ein... Wie heißt das Teil? Airlock machen. Genau. Und nächstes Mal nehme ich ganz viel Glas mit. Glas, genau. Oh, ich kann es ja wieder lauter stellen bei mir auf dem Ohr. Okay, wir haben noch... Zwei Compressed Steel, sieben Stahl, sind neun. 18 brauchen wir. Sind also noch neun. 13 haben wir noch. Lol, wir haben genug Stahl. Ja, da habe ich halt noch ein bisschen schon mal vorgearbeitet. Gut. Ja, gut, wir bräuchten jetzt noch ein bisschen Kohle. Wie viel genau? Vier, oder? Vier, genau. 1 zu 8. 1 zu 8. Ja, passt. Wenn er da so mache ich dann auch noch mal Oxygen-Dingens, weil ich habe echt bei der Nachtangst. Es ist ja der Tag und haben immer durchproduziert und jetzt ist es gleich Nacht. Wir haben keine Reserven und ja. Wenn nicht, schalte ich meine kompletten vier Kerne rein. Das würde doch auch gehen, oder? Ja, aber das wäre dann nur eine Sealer. Ah, ja. Und nicht in die Dinge sind da. Die kannst du aber irgendwie umbauen. Ich finde, die haben so einen fetten Widerstand, da geht halt so viel Energie verloren. Wer? Äh, die Aluminiumkabel. Du kannst auch die Goldkabel nehmen. Warte, ich muss mal kurz was testen. Geht immer noch nicht. Guck, wenn ich in den Creative Mode kurz wechsle, geht es. Resistance. Resistance. Aber sonst geht... Du hast tatsächlich vorhin meinen Elevator zerstört. Wieso? Ich kann mich nicht mehr elevaten. Ich aber. Gut, ich komme jetzt zurück, Papa. Ich komme... So, Meteoric Iron. Ich komme... ...zurück... Warte noch nicht, ich muss... Wir brauchen Stream Meteoric Iron. Also, du bist schon zurück. Ich habe gestartet, das Ding. Neun, acht, sieben, sechs. Ich habe zwei Stück. Oh, nee, wir brauchen noch mehr Stahl. Ich habe vier Stahl vergessen. So, eins. Lift off. Fünf Stahl. Du fliegst. Guck mal, was wir jetzt alles geschafft haben in dieser Zeit. Einer Stunde? Wir haben nichts gebaut. Ja, doch. Aber das war auf dem Mond, ja? Ja? Ja, okay, auf dem Mond. Oh, uns fehlt genau ein Compressed Iron. Okay, der Mond ist jetzt weg. Und da kommt die RD. Jetzt echt? Ja. Ja. So. Ah, doch, der macht gute Geräusche. Wie viel Prozent hast du vorhin bei mir drin? 73, ne? Ja. Das reicht. Genau, du kriegst eh alles zurück. Ja, ich habe einen Prozent zum Abheben, also zum Dingens. Overworld. Basic Wave. Dimension. Raw Silicon. Oh, drei. Wir haben doch noch Basic Wave, oder? Nö. Was wollen wir jetzt? Zweimal Basic. Ah, ja. Ah, da braucht man ja nur einen Diamanten gut. Ah, diese Gravitation tut so gut. Raw Silicon, Redstone und Redstone Torch. Ok. Diese Shader erst. Und diese Sounds. Du hast nur noch einen Raw Silicon. Ich weiß, schlimm. Ich hab da noch Fuel drin, was mach ich jetzt damit? Das machst du in dein... Oh ne, du hast wohl nicht den Fuel-Kanister vergessen. Doch. Oh, das ist schlecht. Hab ich den da drin? Ja, müssen wir eine neue machen. Das ist ja blöd. So, wir haben jetzt 23 Compressed Steel. Wir brauchen 23. Ach, diese schöne Sonne. Compressed Tin haben wir nicht mal da. Oh, Mann. Kannst du mal kurz zu mir ins System gehen und Silicon Wafer holen? Oder wie das heißt? Warum bist du eigentlich bei mir? Also irgendwie Compressor. Richtig. Du hast jetzt nicht alle Diamanten von mir genommen. Nein. Also doch. Es war bloß ein Diamant. Und ich hatte bloß in Kohleform. Äh... Silicon. Wie viel? Es geht mit auf... Äh... Okay, ich hab 10. 2. Warte, wie viel Tin brauche ich? 3, 6. Insgesamt 12. Hopp, wenn wir später gegen die anderen 2 spielen. Gegen. Gegen. Mit die anderen 2. Du musst erst mal die... Und unser... Und ich mein Teil da fertig hab, da oben das fette Ding, dann haben wir eh kein Ressourcen Mangel. Nein, zwei. Da. Okay. Äh... So. Äh... Zack, zack. Hast du ein Tin-Kanister? Ein Tin-Kanister? Ich meine, ja. Oh ja, das wird ja immer schneller. Oh ja, das wird ja immer schneller. Hast du den Hammer schon aufgenommen? Äh, schon über eine Stunde. Oh. Ach, war anderthalb, ne? Äh, 69 Minuten. Hammercard. Ja. Äh, ist jetzt Kohleenergie bepowered. Oh, Oxygen, wenn brauche ich jetzt bloß noch Tin-Tin-Tin? Yes. Okay. Ich brauche das Stahl noch. Und Aluminium. So, dann machen wir jetzt einmal das. So, brauchen wir das. Oxygen-Wend. So, Crafting-Table. Okay. Mhm. Ah, ist das immer so ein weiteres... Ich habe jetzt einen R-Log-Frame mit vier teilen. Ja, muss mal... Bau den mal hier auf und guck, ob der so klappt. Nee. So minimalistisch. Wir brauchen mindestens sechs. Pro. Mindestens sechs pro, wenn wir zwei machen. Ich brauche mir jetzt Sinn. Och, ich schiebe jetzt einfach mal ein bisschen Sinn rein. 20, 10. Hammer. Und Stahl, okay. Oh, ne, ich habe den Base... Drei Basic Wafer. Ich brauche unbedingt eine MFSU, weißt du das eigentlich? Mhm. Für meine Quantumhose. Ja. Ich mache mir ja auch eine. Äh, was kann ich so lange machen? Jetzt habe ich Compressed Aluminium in der Hand. Hast du jetzt endlich dieses Basic Wafer fertig? In deinem Inventar. Ah, gut. Dann kann ich jetzt nämlich schon den Airlock Controller machen. Oh, ich kann jetzt sogar zweimal machen. Soll ich zwei gleich machen? Wie? Zwei Airlock Controller. Ja, Sigi. Gut. Äh, was kann man da einstellen? Player with In One Meter. Ja, also wann er aktiviert werden soll. Kann zum Beispiel Open with Redstone Signal machen. Und dann davor halt ne Dingens. Ne... Ne Pressure Plate, dann kannst du da reingehen, zu. Aha. Und dann durch die andere gehen. Ich brauche, mein Player ist within 10 Meter. Ja, ja, ja. Genau, da öffnet sich das einfach random und die Luft wird einfach da rausgezogen. Was wollte ich jetzt machen, genau. Ich wollte Compress-Steel machen. Tin, ich brauche, Moment, ausrechnend, äh, seh, da, meh, 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 21. Machen wir noch ein bisschen mehr Stahl, ne? Warum nimmst du eigentlich alles von mir? Ich geb dir's eh später bald zurück. Spätestens, wenn ich in einer der nächsten Folgen dieses Teil da oben fertig hab. Du hast nicht mehr genug Energie, um das zu starten. Doch, locker. Näh. Mhm. Das Teil greibt sich innerhalb von zwei Minuten über einen Schunk durch. Ja, das mache ich denn. Das schafft kein Query. Ah, ups, das war Compress-Steel. Ich brauch so viel. So, hier wird Stahl gemacht. Oh Gott. Glaube ich zumindest, dass ich so viel brauche. Compress-Steel. Ja, okay. Ich brauch genau sech... Warte, das ist hin. Äh, jeder, jeder. Zwo, sechs, sieben, Compress-Steel. Sieben, Compress-Steel. Oh, Mann. Oh, ich Idiot. Man braucht normales Sinn. Alter. Du kriegst alles wieder zurück, glaub mir's. Der erste Chunk ist dann für dich, okay? Besser einfach da rüber gehen, zu dir. Nö. Der erste Chunk gehört mir, Alter. Du weißt, wie wenig er da eigentlich ist. Dann die ersten zwei Chunks. Die ersten 100 Chunks. Das wär'n Deal. Wir teilen uns das einfach auf, okay? Okay. Äh, außerdem hab ich das Material gar nicht. Weißt du was? Du machst jetzt einfach mal ein paar Airlock-Frames, okay? Okay. Warte, Oxygen-Vent. Compress-Steel, okay. Wir brauchen noch zwei, okay. Machen wir mal zwei noch. Ich weiß noch, zwei von denen. Dann brauche ich zwei Tinnenkanister, hab ich auch. Acht Stahl. Guck mal, das ist noch. Wir haben drei Stahl. Ich guck mal, was ich so noch hab auf Lager, okay? Warte, du kriegst hier mal das ganze Zeug. Dann geh ich mal gucken, was ich noch so hab. Ja, ein bisschen Eisen, Zinn, Kohle. Wie wär's mir, äh, mir tun dann unseren Gegner eine Falle stellen? Ich komm mit meinem Teil an, die stellen sich runter und ich, äh, mach's dann an und dann grasst alles weg. Und warum ist meine Tür offen? Äh, Airlock-Frame. Es geht nicht, dieser scheiß Elevator. Abbauen. 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 Jetzt mal gucken, ob er woanders geht. Geht der, wenn ich den... Und Zinn, Zinn? Zinn, ja, Zinn. Ah, ich bin so planlos. So. Ja, jetzt geht er wieder. Eins, zwei, drei. Okay, das Hochspringen beim Elevator funktioniert. Bloß nehmen wir das runtergehen. Okay. Jetzt geht wieder gar nichts. Der Elevator ist sowas von verbuggt. Oh, Mann. Dann lasse ich ihn erst irgendwo weg. Jetzt habe ich auch noch ein Kabel von mir zerstört. Compressed tin. Compressed... Ja, habe ich beides nicht genug fand. Wir haben gar nichts. Dann kommt er jetzt erstmal hier ins System. Äh, was brauchten wir noch? Tin, oder? Tin, Eisen und Kohle. Das ist eigentlich das einzige, was man ja alles so braucht. Aber davon on mass. Eisen. So, das ist jetzt alles gesponsert von mir, okay? Okay, das hört sich doch gut. Hä? Ich habe... Äh. Ich brauche Stahl. Wieviel brauche ich Kohle? Sponsert von dir. Nee, Kohle nicht. Wieso? Weil ich keine Kohle mehr habe. Du willst deine MFSU... Du willst deine MFSU? Wieviel hundert hast du? 700. Ja, siehste, ist doch was. Jetzt habe ich hier so ein hässliches Loch. So. Oh Gott. Ich muss... Scheiße. Scheiße. Weißt du, was ich glaube? Hm? Mein... Kohle... Meine... Kiste... Nee, die läuft nicht über. Puh. Ich dachte schon, meine Holzkiste läuft über. Den Rest darfst du dann behalten, okay? Okay. Was ich dir jetzt gleich bringen werde. Wahrscheinlich... Keine Ahnung, Cobblestone oder so. Ich habe doch einen tollen Cobblestone-Generator, den du immer gerne benutzen darfst. Jederzeit. Wie viel Cobblestone hast du eigentlich? Ich habe sie ja alle zu Sprigs verarbeiten müssen. 700 noch was. Zehn. So, jetzt probiere ich was aus. Stell da in ihn, da in ihn. Dann die Frames. Da, 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 da. Was war das denn jetzt? 12 Frames brauchst du mehr nicht. Scheiße, die... Ah, es klappt auf diese Art. Ernährt man sich? Ja, genau so wollte ich es auch haben. Dann läuft mir hier ein Stück, geht die zu und dann klappt. Warum hast du hier an den Seitenwollblöcken? Ja, sonst kann ich die ja nicht hinbauen. Warte mal. Hier ist dein... Bleib mal stehen, dann gebe ich dir alles. Oh, 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 ja, danke. War überschüssig. Jetzt schon einmal schlafen. Äh, ja, hier ist eine Spinne. Macht mir Angst. Ich habe nur 8, okay. Ah. Requested 301 Tinor. Das ist jetzt das ganze Überschüssig. Es gehört jetzt nicht dir, das wollte ich eigentlich für unsere Gemeinschaftskiste hier machen. Wo das ganze Tin und so drin ist. Dann können wir uns da irgendwie bedienen. Tin-Kanister, oh Gott. Ja, ich brauche Starr. Genau. Haben wir noch... Hast du gerade noch 4 R-Log-Frames? Äh, also du hast 8 jetzt, ne? Genau, ich brauche bloß noch einmal, dann hämmer komplett in die Tür. Nein, das habe ich noch nicht. Das müssen wir auch noch machen. Okay. Äh, der kommt da rein. Äh. Mache ich die... Airlock-Frame-Dinger? Ja, dann lag... Dann tue ich mal schon mal meine... Äh, ja gut, dann lager ich das in die Gemeinschaftskiste. Tin-Tin-Tin-Stil-Stil-Stil. Und baue mal mein Teil da oben weiter, indem ich... Hast du zufälligerweise Rosenrot? Rosen, die ich... Keine Ahnung. An dich verschen. Oh Gott, ich brauche Rosen. Oder wie kann man sonst noch Orange-Dye herstellen? Wieso brauchst du Orange-Dye? Für diese Scafford-Teile da oben, wo ich habe. Ah, oha. Rose-Red bekommt man aus einer Rose. Toll. Dann nehmen wir den und... Haben das. Dann machen wir jetzt Aluminium. Ich glaube, jetzt habe ich gleich die Airlock-Dinge. Ja, hab sie. So, da sind die Airlocks. So, perfekt. Juhu. So, jetzt können wir hochfliegen und das aufbauen. Ja, diesmal kümmerst du dich um den Sprit. Ich brauche Rosen. Ja, mach hier, der kann da weitermachen. Oh, Bone-Meal reicht auch aus. Eigentlich müssten wir nur genug Sprit haben. Oben ist noch ein, äh, Fuel-Connis, ein kompletter. Bones. Oh, ich habe ja genug Bones. Ah, warte, jetzt der da gebrochen war? Tja, vielleicht... Tja, vielleicht... Tja. Aber ich requeste erst mal... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wuhu, Rosenrot. Oh. 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 Ich laufe jetzt nicht hier die ganze Zeit durch die Gegend. Oh, boh. Ah. Oh, hier sind genug Großen. Dann brauche ich sie ja gar nicht zu holen. Hier, die vom Launchplatt sind vier Stück. Ich habe jetzt sechs. Das reicht. Fünf Stück. Ich kann das ja zum Glück jetzt automatisch machen. Also, halb, fast automatisch. Also, da oben ist... Ich glaube nicht genug für ein Ding drin. Da ist gar nichts drin, Alter. Wo? Ich muss gerade Öl suchen. Ne, aber ich glaube, wir haben eigentlich genug Fuel. Mein Gott, ist schnell. Flower, genau. Jetzt bräuchte es nur fünf. So, packe mal die mal zusammen. Ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, das reicht für den Anfang. Ähm. Kanister haben wir nicht, ne? Äh. Nicht, dass ich wüsste. Na toll. Die heißen Dinger Carriage, genau. So. Fuel. Ne, empty. Nein, die wollte ich nicht haben. Die wollte ich haben. 10. Steel. Ja, haben wir alles. So, ich habe jetzt mal vier. Hopp. Fünf. Oh, missing 15 Birchwood. Okay. Dann müssen wir wohl meine kleine Holzanlage oben anschmeißen. So, der ist doch fertig. Nein, an. Da seht ihr übrigens, wie schnell das... Oh Gott, reißt das Teil schon in Bäume ab. Lass mich doch verarschen. Schade, dass die Soulplate dabei runter geht. Aber die kann man ja durch einen Diamanten wieder... Ähm. Repairn. So, jetzt wird auch schon wieder die Energie hochgeladen. Jetzt wieder nimmer. Da geht's doch jetzt. Hm. Geiles Teil. So. So. Was wollte ich jetzt machen? Kanister, genau. Ne, das da. Compressed. Ja, das Teil zieht schon voll ab. Oh Gott, wie geil. Hm, ich habe es ja schon 10 Mal gesehen. Zum Schluss lässt es dann alles hier in den Cargo-Manager rein. Werden wir hoffentlich gleich sehen. 10, Stahl, Stahl, Kanister und Glas. Also du machst jetzt die... Wir brauchen bloß zwölf Airlock-Frames, würde ich dir bloß sagen. Ja, ich weiß. Ich mache auch was anderes. Du hast ja jetzt die Airlock-Frames. Ja, das wollte ich nicht. Sondern gleich vielleicht doch nochmal ein bisschen länger machen. Ja, können wir machen. Weil wir sind gerade bei 80 Minuten. Dann lassen 10 Minuten eine kurze Pause machen. Ja. Das sind übrigens die Tags für Minecraft-LP. Ja, das sind relativ viele. Wie die Tags. Ah, ich habe gerade Ausweis in STRG V gemacht. Ah, 54 Birchwood. Ja, das Teil kann schon was. Aber da ich jetzt keine Lust mehr habe... So, ein Pikanister. Ah, egal. Ich habe die Scheiße jetzt einfach mal weggenommen. Du hast doch Öl in deinem komischen Keller. Ich weiß. Da gehe ich jetzt auch hin. Ich will auch Öl. So. So. Oh, wir sind erst bei 31. Die Teile dauern halt sehr, sehr lang. Was machst du denn jetzt gerade? Frame-Carriaches bauen. Okay. So sieht es dann übrigens aus. Wenn die ganze Scheiße hier gecraftet wird. Dann dürfte ich hier auch irgendwann die 32 haben. Start ist unknown. Ready? Genau hier muss doch jetzt was herkommen. Let's get ready to generate. Generate. Generate was? Äh, refine meine ich. Okay. Keine Ahnung, was da ist. Carriage-Framework. Das dauert doch nicht so lange. Wartet einfach. Bam. Kompletter Crafting-Vorgang ist jetzt zerstört. Und dann werde ich jetzt eine davon nochmal. Hier. Warum kriegt der nicht genug Strom? Missing 6 Carriage-Panel. Das halt ich jetzt mal probiere, mit den Gold-Conductive-Pipes da zu machen. Äh, theoretisch. Oh. Wie machen die das hier? Wie ich... Ich kann... Ah, ups. Stimmt. Ich muss ja hier noch kurz Import machen. Kinesis-Pipe, genau. Wie wirst du mal einmal schlafen gehen? Okay, warte. Ich will jetzt bloß noch kurz meinen Zuschauern zeigen, wie das Teil jetzt schnell verläuft. Okay, dann halt nicht. Und... Fertig. Was hast du denn jetzt gebaut? Dieses Carriage-Teil. Oh ja, jetzt hat er neun. Dieses Carriage-Teil? Was ist das? Oh. So. Ich geh mal schlafen. Ich kann das sein... Ja, jetzt zu spät. You can only sleep at night. Oh, jetzt hab ich die Pipe-Segarni rausgenommen. Komm, ich bin nur auch ein Spasti. Es wird Nacht. Oh, da bist du ja. Ich komm ja angeflogen. Äh, wir werden bei 1 Stunde 30 jetzt angelangt. Okay, das passt doch super mit ins Bett legen. Genau, gut. Und schlafen wir jetzt ein bisschen. Tschö. 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 Tschö.